Anna Amakova, 23, vom Tanzparkett zum Musikstar Du kennst sie vielleicht als die talentierte Tänzerin aus Let's Dance und als Jurymitglied beim Supertalent, jetzt will Anna Amakova durchstarten und auch die Musikszene erobern. In einem exklusiven Interview mit Bild verrät uns Anna, wie ihre einzigartige Kindheit sie geprägt hat und warum sie sich nicht nur auf den Ruhm ihres berühmten Vaters Boris Becker, 56, verlassen möchte. Es war nicht leicht, mit dem Medienrummel um meine Eltern aufzuwachsen, aber ich möchte für meine kreative Arbeit anerkannt werden, nicht nur aufgrund meiner Familiengeschichte, betont sie. Schon von klein auf hat Anna an ihrer musikalischen Begabung gefeilt, Gesangsunterricht, das Erlernen verschiedener Instrumente und jede Menge Leidenschaft für die Musik. Ihr beeindruckendes Talent bewies sie kürzlich beim Deutschen Fernsehpreis, als sie die Show mit einer atemberaubenden Gesangseinlage eröffnete. Begleite uns auf Annas aufregender Reise, während sie ihre eigene kreative Identität formt und sich einen Namen in der Musikwelt macht. Abonniere unseren Kanal für exklusive Einblicke und jede Menge gute Musik.